hey ich freue mich so sehr dir heute mein herzensprojekt vorstellen zu können mit dem ich nun schon seit einiger zeit schwanger gehe und das heute geboren wurde sprich es gerade online gegangen auf meiner webseite und es heißt mission schmetterling dies ist ein projekt in dem alles zusammenkommt was ich einerseits bereits in den letzten zwei jahren geteilt habe und außerdem alles was seit langem darauf wartet geteilt und ausgedehnt zu werden all dies ist zusammengefasst in einem projekt das über ein jahr geht also ein gesamtes jahr und das genau deshalb ein hohes maß an commitment und innere ausgerichtetheit erfordert was beinhaltet dieses programm zum einen in der ersten hälfte des jahres wöchentliche so treffen in denen wir den eisblock den unser bisheriges altes denksystem für uns darstellt von verschiedenen seiten aus zum schmelzen bringen an verschiedenen perspektiven mit verschiedenen arten und weisen von herangehensweisen es beinhaltet deine eigene innere verpflichtung zu täglicher stille oder meditation was wir ebenfalls üben werden und wo wir verschiedene vorgehensweisen vorstellen werden es beinhaltet außerdem special guests während dieser wöchentlichen treffen die noch eine überraschung sein werden ich arbeite noch daran sie zu gewinnen und es wird filmabende geben in der zweiten jahreshälfte wird sich das etwas auflockern und es werden monatliche so treffen stattfinden nicht mehr wöchentliche dafür wirst du von mir individuell begleitet in monatlichen mentorings und die gruppe wird so zusammengefunden haben dass eine aktive motivierende inspirierende ausdehnende zusammenarbeit möglich sein wird ich freue mich sehr darauf darauf was und wie wie diese verwandlung von einem falschen selbstbild in unser erkennen dass wir das ebenbild gottes sind und das erfahren unserer selbst als ebenbild gottes vor sich geht das projekt startet am 1 november 2021 und gibt es zum 31 10 2022 und um gleich vorweg zu nehmen dieses projekt erfordert die investition von allem von dir es ist nichts was du halbherzig tun kannst und das spiegelt auch der preis wieder denn dieses projekt in diesem projekt zahlst du nicht wirklich geld denn es ist unbezahlbar das ist wirklich nur symbolisches ein symbolischer beitrag und soll eine symbolische reflektion dessen darstellen was du wirklich investiert du bezahlst mit deinem ego und erhältst die erfahrung gottes und dein investment ist es dies bereits zu wissen bevor du überhaupt damit angefangen hast und deshalb bitte ich dich ließ es dir durch fühle hinein lass dir zeit schau dir deine widerstände an schau dir an was du wirklich möchtest frage dich frage deine eigene innere führung was du glaubst was für dich am hilfreichsten und inspirierendsten ist wie du dies zu einer permanenten erfahrung machen kannst was du dir wirklich wünscht und wenn dann dieses projekt bei dir auf leuchtet oder du irgendwelche fragen dazu hast dann freue ich mich sehr von dir zu hören geh gerne auf meine webseite www.wirklichsein.com-termine oder schreib einfach in deinen google browser www.wirklichsein.com-schmetterling und was immer deine entscheidung sein wird du bist ein schmetterling wisse das und flieg flieg